ja welchen langer michigan fahren dann hat er immer so geil ein- und ausklappen kann nicht danach müssen wir müssen wir dann auch mal als arbeit machen wenn die eine fahrt gefahren sind fahren wir eine fahrt alles klar nicht anbauen der scheiße weil bei jedem hobel haussehnen an und bekommt dadurch welche ist der große wenn die einhören das ding heißt also holz anhänger egal nicht wenn du musst natürlich erst den holz anhänger an sich aufbauen also holzladefläche ist das ding glaube ich als auch liga genau das muss natürlich zuerst aufbauen und dann kannst eigentlich große holzladefläche anbauen das gibt doch die ganze zeit gas zu laufen ja ich meine es einfach der mittleren brauche ich kann ich mich anbauen interessant zwischen 30 und 60 die ganze zeit mein namen ja da habe ich mir an warum ich dann machen kann sich anschieben ja oder warte ist komm ich schon mal jetzt wo das nie an mich an will fahr ich weiter ja weil das auto hat angst vor mir los los jetzt hängig fest ja warte sobald ich hatte kann ich mich hier handbremse noch gott nie komme ich an irgendein bauch mit der winde weil ich komme da ich komme da selber hoch ja gar kein problem oh gott mich hier gar kein problem denn hier gar kein problem hatte war nicht knapp oh gott ich hole wieder runter oh nein nicht einsenken alles klar los geht's wir müssen jetzt wir sind ganz an der verdeckung 28 metern ich sehe das schon ich sehe das schon links von uns ist dieser komische schwarze tornado weiß nicht was du für einen schwarzen tornado siehst ja es ist ein bisschen duft dass jetzt dunkel ist weil im dunklen nachtpimmel sieht man schwarze gegenstände eher selten gut michael schumacher kommt hier obwohl überholmanöver und gleich falle ich ins koma ich habe einen prozent schon wieder auskommen ich darf einfach so wie schlechte idee kann ich nicht so weit nach rechts ich komme auch nicht raus wie kann man eine winde machen vvvvv okay da muss einer klicken und dann kannst du an deinem vater ist der punkte dran die punkte hat den bäume festmachen ja ja dann kannst du dich mit einem fahrzeug habe ich punkte dran ja wenn du einmal wenn du v gedrückt hast du es fortgeschritten im menü hast aber wie schnell bin ich ihn gerade du gehst grad voll ab ja ja habe ich ja und dann ist auch und ich kann nicht dass sie ist ja habe ich ja hast du vorne da war ich jetzt noch immer geil mit der maus du hast eine maus ja ja und dann musst du natürlich in der fahrzeug angucken wollte genau solche zwei punkte dran ja gut dass ich meine lkw so gut geparkt habe er legt mich aber ich habe da keine punkte für den geparkt ja hier das ist vorbei jetzt 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 habe ich alles klar ich hab's ich habe sicher wobei der fehler ich habe die maus gesehen aber du du darfst sie nicht dabei sehen so sieht es nämlich aus also bei mir war es gerade so gut sie haben dazu gelernt oh gott oh gott oh gott oh winde lösen bitte und eins nach oben nicht holz aufladen dass er es so hinfahren dass er wieder raus fahren können dann sollte ich am besten warten bis du gedreht hast ja gut fortgeschritten weil wir jetzt noch fahren erst mal ganz hoch das nicht um zu fahren muss man es gibt gleich raus aber nicht aber die winde dreht sich nicht mehr ran du musst natürlich f drücken ach so der anhänger will nicht so richtig wo seid ihr dann seid ihr beim holz was macht ihr ich bin grad gut beim russplatz fahren oh gott oh gott nein nein ich brauche noch eine winde ich kann nicht gleich raus für wenschen sekunde ähm btw es gibt auch brücken ja die über gräben führen da lage ich heute über kopf drin sehr gut so breit wie dein wagen ja ist mir auch schon passiert gestern nachdem wir aufgehört haben so dass wir müssen hier nach rechts ich wünsche ich jetzt hier raus ich bin raus tschüss wir müssen nach links ein bisschen auf den pilz dass die fps ständig zu können ich gucke mit dem baum hast du auch mit 30 fp hat es mich am baum ich irgendwie ja was ich ein bisschen komisch finde ich muss nicht mal wieso wird das nix du musst andersrum du musst vorwärts fahren und dann ja noch ein stück ja weiter nein nicht rollen doch so war gut ja jetzt rückwärts jawohl sehr gut tobi jetzt vorfahren jetzt ist schaden macht nicht so lenny lenny ja sie konnte wenn du es fertig bist dann kann ich wieder warte warte ist sie gerade oh Gott sehr gut lenny und es ist ein bisschen verpackt manchmal wenn er steht sie müssen gerade ist stehen oder so warte warte ist aber nichts michi willst du echt da hoch da müssen wir wenn ich die nicht rückwärts fahren so ich muss hier nochmal raus ich drücke extra gegen den baum wir müssen da hoch hier müssen wir lang ich musste ich nur kurz hochziehen damit ich hier ein bisschen fahren kann doch jetzt nur wieder toll jetzt häng ich hier wirklich zuerst machen mich ich die günstiger als du ich wollte halt auch so als erstes dass ich auf dass du deine karre nicht flippst das echt das wichtigste er ist echt flippen 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 tue ich die nicht so wie kann das ja gar kein problem die sache ist michi die sache war willms hat er dann tagelang drauf rumgehackt in die kreide die karriere flippt und hat mir die ganze die schuld in den stück geschoben und in der haben es alle geglaubt dass ich die karriere flippt habe die karriere woge ich häng fest bei was denn warte kurz das stimmt mit dem mit dem premium auto damals genau was der einfache flippt hat und mich dafür angekackt hat er will ich kann zwischen aufladen er kann es ja nicht weil dann holz du willst du mal zu mir ich muss ich nehmen und sind jetzt sowieso nicht schau mal wie soll der holz dazwischen gehen kannst du nicht biegen bisschen nass machen da geht dann schon hier ist allgemein der boden so als würde grad durchgehend einfach mit dem ding ganz hintere um nachher war wieder form ist gerade sein wir warten dann hat er genau so habe ich danke ist das ist bei uns und du musst die handbremse natürlich auch lösen und das ist mir schon klar hast du gelöst ja habe ich ja wohl alter meine karriere kreide 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 oder gar nicht so wie aber wenn ich schon wieder fest also dass die warte ja 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 warte mal maus ja durch mich immer irgendwo so dass ich auch ich muss auch erst mal die Handbremse lösen oh Gott jetzt lenkt bitte nach oben, genau so ja, du bist mir da manchmal ganz schön so schnell ja das ist kein Ding, das brennt öfter so jetzt gehts los hier, jawohl oh nein will ichs wissen Michi hat bestimmt sein Auto geflippt, ey oh Gott wir fahren übrigens in die falsche Richtung er hat geflippt, hey okay, pass auf das ist ein Mast, der hält mich aus, ja du wirst mal im Umdrehen, Toste gar kein Problem, Junge Pobi, fahr mal, wird sie irgendwie so hin, dass du mich rausziehen kannst mach irgendwie deinen Hänger so lange ab, oder so äh Lenny, da kommt Wasser doll wie die Erde von meinem Ding runterrutscht oh Gott, nein Lenny, da kommt Wasser mach dein Ding noch so lange ab, ey ich hab Holz fahren wir da mitten durch, alles klar ich kann Holz aufladen warte, ich fahr vor stimmt, aber warte noch ich dreh dich vorher nein, nein, stopp oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott, nein was los, Lenny kann ich den dann wieder dran machen den Hänger ja, der steht dann da der weg oh Gott Lenny, ey jetzt mach ich drück mal V warte mal dann hast du vorne einfach neben mich stopp halt an, halt einfach ins Recht und das Recht noch vollkommen ne, warte mal kurz ich fahr mal zurück und werde dich dann ziehen du kannst auch F drücken, drück F, drück nur F nicht fahr die Sache ist ja die Sache ist ja ich hab vorne noch mal hier in die Seite fahr nochmal vor jetzt drück F naja, ist mir ja klar ist mir ja logisch okay, mach nochmal los und mach irgendwie eine Mitte zu platzieren und probier Punkt ich kann nicht auch ne, ist der Baum so sag, jetzt mach's nochmal naja, warte mal ich muss jetzt mal meine Handbremse anziehen ok, go go Gadget ah, komm schon jetzt das hat super funktioniert mach die Handbremse los und fahr einfach rückwärts mach ich jetzt auch, warte oh oh man anhalten 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 nein 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 nicht tun sehr gut Lenny ok, alles klar Rettungsaktion warte mal ich nehm mal ne andere Position ein ja wir kriegen das hin ich weiß was wir machen ok warte, erstmal muss das Ding hier loswerden oh god oh god Lenny ey, wirklich ey Michi, gestern hatten wir nicht so Probleme ne, ne, ich bin auch schon immer noch ungekriegt ne, 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 ich bin auch schon immer noch ungekriegt pass auf, das ist mein Anhänger du bist voll in mein Anhänger reingefahren du bist voll in mein Anhänger reingefahren ne, steht bei mir hier nicht ne, die flippen wieder ja, ich steh'n gegenseitig nicht ja so, fortgeschritten war Tobi das voll die Premium Idee ohne Spaß zack ja, Junge hier, äh, Intelligenzbestie er läuft bei dir erstmal jetzt, jetzt fährt mein Anhänger noch in mir rein oh god Lenny, ich kann dich echt nicht drehen du musst jetzt rückwärts fahren, einfach rückwärts fahren jetzt Handbremse raus machst du das ja, ja machen Lenny, ich kann dich nicht drehen oh god, stopp fahr dabei oh god so, jetzt bleib ich genauso liegen guck, ob ich die Karre ankriege drück nochmal F und fahr dabei nach hinten kann sich aber so nicht drehen, oder? doch, ich kann mich dann an einem an einem ich wackel das ist die Karre an ok, das ist eine dumme Idee ich habe eine weitere Idee aber ich bewege mich, kann das sein? ja ja, du bewegst dich, du sinkst ein, das ist richtig aber ich ja ja denk mal weiter ja das Problem ist nur mein linke Vorderreifen ist auf meinen Anhänger drauf jetzt fahr ich bin ich auf meinen Anhänger drauf nein irgendwie muss ein Anhänger von mir runter kann man links neben mich quasi ja, ich probiere das gerade, aber du siehst vielleicht, dass etwas schlamm hier ist ja obwohl ich habe ein Screenshot gemacht ich kann dann auf Steam zeigen Alter Vicky ich komme hier gleich nicht mehr raus, ey komm mal ab ich habe meine Karre ist an, tausen dir meine Karre ist an ok ich bin immer noch auf dem Anhänger drauf jawohl war rückwärts nice er muss meinen Motor starten so Lenny, jetzt musst du mich wahrscheinlich rausziehen ja, Sekunde obwohl, ne Funktioniert also wir sind wie alter, wie dreckig meine Karre ist guck dir das mal an wo müssen wir eigentlich lang Lenny hier durchs Wasser durch wir wollen ja die Verdeckung machen ach ja stimmt die wir wollten ja durchs Wasser runter vor meinem LK alter Lenny ok alles klar Funktioniert die besten mit deinem Hänger ist nicht mehr da doch der ist da ja Tobi oh Gott ich hätte hier nicht anhalten dürfen ja Lenny das war ne dumme Idee du darfst echt nicht anhalten auf eins und zwei kann man übrigens die Kamera einigermaßen fokussieren ach das sagst du mir jetzt erst oh jetzt fährst du meinen Linker auf eins gehts ja auf zwei kannst du so eine Art Anhänger Kamera machen weil ich glaube ich lass den Anhänger einfach zurück mach so kurz holt drauf ich hab dich nicht angeschoben ok etwas muss angeboten werden aber jetzt stecke ich selber fest obwohl es geht so ich halte jetzt hier mal eben an wo wir lang müssen die Verdeckung ist nämlich rechts von uns wir fahren jetzt erstmal hier die Straße lang ok kein Ding ist jetzt manchmal jetzt ist mein Auto wieder sauber auf mysteriöse Weise ne bei mir ist noch vollkommen dreckig aber ok passt passt übrigens ich hab das Gefühl dass wir müssen wieder durch Wasser wir fahren nämlich gerade voll in die falsche Richtung ach ooooh das war so als ob wir zwei Let's Plays machen ja ja aber irgendwie schon nächstes Mal sollten wir vielleicht doch zusammen fahren ja wird schief gehen wieso kann ich mein Ding ich bin noch vorhin dran Wollen wir nicht mal zu Michi und Ramla einfach fahren und die unterstützen jetzt dran machen? wie ist Erno verringern? das halte ich für eine gute Idee hey Lenny wie kann ich denn meinen Anhänger wieder dran machen? ich stehe dir eigentlich direkt richtig mit 3 also im fortgeschrittenen 3 wenn du den lang hast aha ich habe einen richtig lang fortgeschritten und 3 Lenny wollen wir mal wieder zu Ramla und Tobi Michi fahren Entfernung verringern Moppen Moppen du musst direkt darunter stehst du du meinst in den ja das nicht können wir machen wir gelassen wir zur Werkstatt zurücksetzen äh wie geht das? äh wir drücken f1 und klicken dann auf die Werkstatt einfach von Tobi wird das gemacht ach so alles kann ich bin einfach hinten dran gefahren dann wird dir.. willst du der Fahrzeug zur Werkstatt retten ne? ne steht bei mir nicht bei mir ist bloß Distanz äh da musst du ja ein bisschen näher ran zoomen mit Mausrad kannst du näher ran zoomen ach jetzt und dann ist es dabei ja fahrzeug geritten? ja näher dran